So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Ich nehme dieses Video am 31.07. auf, ich möchte euch aber jetzt schon mal ganz kurz das neue Kanalmaskottchen einblenden. Ihr habt entschieden Lavados, da dachte ich wie langweilig und deswegen habe ich mir jetzt extra die lustige Version von Lavados rausgesucht als Kanalmaskottchen. Wenn ihr möchtet, können wir auch ein ganz normales nehmen, ihr könnt ja mal Feedback hier drunter schreiben, was ihr jetzt sagt, ob Lavados jetzt süß oder stark oder brutal wirken soll. Dann geht es in dem Video eigentlich um, pass auf, es gab ja das Event mit Sweeps, wenn das so heißt. Dann gab es hier himmlisches Teamwork, besser zusammen. Ich blicke gar nicht durch, ich habe gesagt, wow, cool, Event und dann hast du nicht mal ein Ticket drin. Danke, Nijendik, weniger Arbeit, weniger Stress, alles gut. Dann schreibt einer drunter, ey, es gibt aber doch jetzt ein Ticket. Ich gucke, haben sie einen Blogpost gemacht auf einmal, dass es ja ein Ticket gibt nachträglich, was man sich reinschieben kann. Und ich dachte, okay, dann... Dazu werde ich aber kein Video machen. Also ich hoffe, es wird keiner das Ticket schenken, giften. Und selbst wenn, ich werde kein Ticket dazu machen, denn was ist denn in dem Ticket drin? Ihr seht hier, Sternstück, ein Glücksei, ein Rauch, ein Sonderbonbon oder so. Und dann halt mal eine Begegnung vielleicht mit ein, zwei Event-Pokémon. Da dachte ich, das ist halt nix. Das ist gar nichts. Dazu machst du kein Video. Jetzt hat mir der Henry... Das schiebe ich jetzt hier rüber, dass ihr auch mal die Mäuschen seht. Jetzt hat mir der Henry trotzdem ja das Ticket geschenkt. Ich will mal nicht so sein und habe jetzt trotzdem ein Video dazu gemacht. Aber wie immer einfach nur schnell hingerotzt, damit ihr trotzdem seht, wer das Ticket nicht hatte, was euch entgangen ist. Dankeschön an Henry Niki erstmal also für das Ticket. Dann auf der ersten Seite, da war irgendwie gleich schon eine Aufgabe ausgefüllt. Ich habe gedacht, toll, jetzt konnte ich es nicht mal abscreenen und aufnehmen, was auf der ersten Seite überhaupt ist. Musste ich mir vom Tobi mal einen Text schicken lassen. Auf der ersten Seite der Forschung. Ich dachte nämlich, das ist nur ein Zettel. Aber das waren vier oder fünf Seiten. Also es war doch umfangreicher. Man hat auch gefühlt 60 Tage dafür Zeit oder so. Klang schon nach mehr. Deswegen muss ich jetzt dieses Video machen, dass ihr seht, was ihr verpasst. Die erste Aufgabe war 10.000 Erfahrungspunkte verdient. Dann hatten wir 20 Kilometer erkunden und an fünf verschiedenen Tagen einen Pogestop besuchen. Das wurde also schon mal fünf Tage lang gezogen, diese Aufgabe, weil ihr jeden Tag einen Pogestop drehen müsst. Habt aber in den fünf Tagen Zeit, 20 Kilometer zu erkunden und 10.000 Erfahrungspunkte zu machen. Hier seht ihr das. Befristete Premium-Forschung, besser zusammen, gut hat vier Seiten und war halt dann 46 Tage lang oder 48, weil zwei waren ja schon fertig. So, dann habe ich das fertig gemacht. Ihr seht, hier ist auch gleich ein Glücksei drin gewesen. Hier sind auch gleich drei Sonderbonbons drin gewesen. Das ist cool. Unten gibt es wieder ein Glücksei und 10.000 Erfahrungspunkte. Wieso nicht? Eine Begegnung mit Barschwar. Haben wir gefangen, haben wir bewertet. Ist sogar ein 690er mit 15 Angriff gewesen. Warum nicht? Haben wir uns die zweite Seite angeguckt. Verdiene 5000 Sternenstaub. Gib deinem Kumpel 25 Mal ein Snack. Das war so sinnlos. Du gehst auf den Kumpel und dust 25 Mal eine Beere auf den draufziehen. Total bescheuert. Und Besucher an fünf verschiedenen Tagen Pokestops. Also wieder fünf Tage lang diese Quest gezogen. Jeden Tag einen Stop drehen. Fünf Tage lang in der Zeit. In fünf Tagen musstest du es schaffen, 25 Snacks zu füttern und 5000 Staub zu verdienen. Da gibt es dann wieder drei Sonderbonbons. Das war gut. Sternstück, Sternstück und 10.000 Sternenstaub. Also war vielleicht jetzt doch nicht so verkehrt. Dann kam aus der Pokémon-Begegnung ein wildes Flauschling heraus. Das war cool. Das habe ich gefangen. Das habe ich bewertet. 12, 12, 12. Sieht aus wie bei dem Lucky Trade. Das Minimum, was man rauskriegt. Und Seite 3. Seite 3 besser zusammen. Verwende 15 Power-Ups bei Pokémon. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe mein Rayquaza. Ich habe letztens ja durch den Tausch ein 100%iges Rayquaza bekommen. Ich habe da ein bisschen ins Power-Ups reingebuttert. Verwende 15 Power-Ups. Okay. Lande 10 fabelhafte Würfel. Sage ich ja immer, macht man am besten bei legendären Raid-Bossen oder so. Kreis einstellen. Curven. Wenn der gerade angreift. Zack. Reinwerfen. Besucher an 5 verschiedenen Tagen Pokestops. Das ist cool. Gibt es wieder 3 Sonderbonbons. 5 Tage lang gebraucht. Dafür in der Zeit Power-Ups machen und 10 fabelhafte Würfel. Also am besten 2 pro Tag. Dann seid ihr da gut durch. Hier gibt es jetzt Rauch. Rauch. Sonderbonbons. 10.000 Erfahrungspunkte wieder. Also wir haben jetzt 2x Rauch auf einer Seite. Wir haben 2x Sternstück auf einer Seite. Wir haben 2x Eier auf einer Seite. Aber schon insgesamt 9 Sonderbonbons. Und jedes Mal hier 10.000 Erfahrungspunkte und Staub. Und wieder eine Pokémon-Begegnung. Diesmal mit Porenda. Galaporenda ist hier drin gewesen. Mit seinem Lauch. Mit 10, 12, 13. Also 2 Sterne. War okay. Und auf der letzten Seite war nur eine Pokémon-Begegnung drin. Aber es gab 50.000 Erfahrungspunkte. Und 25.000 Staub. Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe dann geguckt, was die Begegnung ist. Es war Zwiebs. Weil das ist ja das Einzige, was hier auf dem Bild noch fehlt. Alle anderen haben wir ja schon gehabt. Als Begegnung. Zwiebs hat noch gefehlt. 3, 6, 3. Da habe ich es leider verschwitzt. Eine silberne Sanana-Beere zu nehmen. Jetzt sagt ihr, wieso denn Silber? Der Gelb reicht doch. Das ist doch aus einer Quest. Das kann doch eh nicht fliehen. Und Bonbons. Mehr Bonbons kriegst du durch die gelbe Beere. Durch die Silberne kriegst du ja aber mehr Bonbons als durch das gelbe. Auch wenn die Silberne natürlich nochmal die Fangrate erhöht. Das nicht fliehen kann. Habe ich ein paar Silberne. Weiß immer nicht für was. Und bei Zwiebs fehlt mir zum Beispiel noch die Entwicklung. Weil ich keine Bonbons habe. Weil ich kaum Quests gemacht habe von dem. Weil ich nur aus den Aufgaben da mal ein, zwei rausgekriegt habe. Da wäre es also wichtig gewesen, eine Silberne zu nehmen, drauf zu hämmern. Statt sechs Bonbons, gleich acht Bonbons oder so mitzunehmen. Weil jedes Bonbon zählt. Sonst musst du mit dem wieder ewig laufen. Oder du musst Sonderbonbons reinstecken. Aber die Sonderbonbons möchte ich am liebsten für Legendäre. Ich habe es dann gefangen. Ich habe es dann bewertet. Das hat dann 14, 10, 10 gehabt. Okay. Aber wie gesagt, ich habe es nicht, noch nicht entwickelt. Nicht entwickeln können. Wenn wir hier drauf gehen, ist das auch das letzte Pokémon. Ich habe jetzt 30 Zwiebs Bonbons. Ich brauche aber 50. Habe ich Sonderbonbons? Ich habe neun Sonderbonbons. Wie gesagt, möchte ich eigentlich nicht reinstecken. Was mache ich jetzt damit? Ich müsste eigentlich, um es mir als Ziel irgendwie zu setzen, ich bin gerade mit Flunkkiefer unterwegs, weil das ist ein erlöstes Hunder da. Da wollte ich gucken, dass ich das mal auf Level 50 pushen kann. Dann gehe ich halt irgendwann auf Flunkkiefer zurück. Muss ich mir halt merken. Nehme ich jetzt halt einfach Zwiebs. Laufen damit halt ein bisschen rum. Versuchen, dass er ein paar Bonbons kriegt. Und nochmal Zwiebs. Toll, ich habe zwei Stück. Die haben beide auch noch exakt die gleichen. Nö, das hat ne Treppe. 3, 6, 3. 3, 6, 3. Das hat drei Sterne, das hat zwei Sterne. Jetzt habe ich natürlich das schlechte genommen als Buddy und das andere nicht. Also mit dem muss ich jetzt erstmal 300 Jahre laufen. In der Hoffnung, dass das dann sich irgendwann entwickelt. Wir nennen es jetzt auch noch kurz Henry. So, Henry reicht. Machen wir mal hier das dran, lassen wir es nicht verschicken. Und ja, dann würde ich sagen, danke an Henry Nicky für das Besser-Zusammen-Ticket. Irgendwann werde ich dich entwickeln. Dazu muss er aber Bonbons kriegen. Wie viel braucht er eigentlich? Ein Kilometer. Das ist cool. Das heißt, 20 Kilometer sind 20 Bonbons. Und dann hat er 50. Und dann kann ich ihn mal entwickeln. Das machen wir. Das darf ich nicht vergessen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Danke, Henry Nicky, für das Ticket. Habt ihr euch das Ticket geholt? Ich dachte, es ist Schrotz. Da ist nichts drin. Aber im Endeffekt jetzt durch die Boni, die vielen Sonderbonbons und alles. Auch die EP. War es besser als erwartet. Es ist nicht überlebensnotwendig gewesen. Ich mag gern, wenn Pässe irgendwo drin sind. Aber Henry hat es geschenkt. Deswegen haben wir es jetzt trotzdem gezeigt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So.